Jean Santy, der 14 Jahre lang über diese Stadt gewacht und am Ende sogar sein Leben für sie geopfert hat. Und wer sind Sie? Der Buchhalter vom Juwelier Marcelin. Ihr Diamantring, den habe ich Jean gegeben. Oh, Scheiße. Jean war korrupt. Ich war zehn Jahre mit einem Scheißkerl zusammen, einem echt üblen Kriminellen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Er hat einen Unschuldigen ins Gefängnis gebracht. Ich gehe schnell Zigaretten holen. Nur fünf Minuten. Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe Sie nicht. Hey, Ivan, ehrlich. Dem Jungen geht's gut. Er trainiert, lernt korsische Lieder. Louis, wir sind ihm was schuldig. Der Typ ist verstört völlig daneben. Was denkst du dir denn dabei, wenn du die Leute so in aller Ruhe massakrierst? Verdammt, sieh dich an. Dein Mund ist noch ganz blutig. Du sahst aus wie ein Psychopath. Einem hast du das Ohr abgebissen. Oh, Verzeihung. Tut mir leid. Was glauben Sie, wie lange es noch dauern wird? Tut mir leid, ich bin noch auf der Arbeit. Eine Flasche Kognak, bitte. Kognak und Brot. Ich muss Sie bitten, zu bezahlen und zu gehen. Ich hatte gedacht, Sie sind flexibler. Mag sein. Es ist spät. Verzeihen Sie, aber... Sie wollten die Küche zumachen. Zwei Stunden Verspätung und Sie zünden die Stadt an. Was sagt er denn? Scheiße, scheiße. Halt die Nase voll von mir. Halten Sie die Klappe natürlich nicht. Ich halte die Nase voll von mir. Oh, nein, nein, nein. Ich halte die Nase voll von mir.